So, dann streamen wir hier jetzt mal weiter. Geht's dann gleich weiter nach dem Intro. Wir kämpfen ja gegen jeden, weißt? Ja. Na, wir spielen bestimmt auch. Warum kann man sich hier nirgendwo Munition holen, außer auf dem Schiff? Wie hat er... Wie? Er schießt halt zwei Meter daneben. Ich will fast sagen, lass uns das Schiff versenken. Nee, ich bin nur drauf. Wir haben ja nix mehr zu verkaufen. Wir kommen aus der Situation nicht raus, sind wir wegfahren? Ja, wir versuchen einfach mal wegzufahren, oder? Wartet mal, ich hab noch ne Kiste in der Hand. Ich geh grad nie überhören. Chillig. Die hauen jetzt nicht, die fahren jetzt selber weg, so wie es aussieht. Nee, die versuchen, das Schiff zu versenken. Mein Gott, das sind solche voll Idioten. Aber jetzt geht doch Wasser rein. Ahhhh. So, hey. Ich bin gleich an Bord. Ja, Mann. Ja, f*** euch! Einer hat mich. Oh Gott. Hallo. Ja, genau. Kleine behinderte Kinder. Die treffen mich halt nochmal, wenn ich hier grad am reparieren bin, heißt. Kennt ihr, das ist eigentlich schon gepatcht, dass da, äh, wenn ich tot bin? Nein. Noch nicht. Äh, was? Hau doch! Hau doch! Hau doch! Du fallst! Nice. Mein Gott. Oh Gott, ey. Einer sollte mal den Ankerlicht, wenns geht. Ja, Alter! Jetzt, hier, haben wir wieder einen Gegner drin. Ja, wie, wie schnell kann der bitte schlagen kann? Ja, f*** dich doch! Abhin. Ich weiß nicht, ich hab immer einen Cooldown beim schlagen. In fünf Jahren. Los Flo, komm, Anker. Scheiß auf alles. Ja. Ich hab noch kurz Wasser rausgeholt. Bin da. Ich hör mal. Komm, was ist los Chef, f*** schnell! Schnell! Ja, mein Sohn ist grad da. Oh, halt. Jawoll. Ich hol noch das letzte Wasser raus. Ja. Ja. Ein Pirateschiff. Thomas, kannst du mir eben helfen? Die ganzen Löcher jetzt. Jo. Wir haben eine Millionen Löcher drin. Äh, ich brauch erstmal Holz. Ist hier unten in der Kiste. Alter, ich hätte jetzt noch gerne eine Schrengstoffkiste. Ja. Das ist eigentlich ein Totenkopf. Das ist überhaupt nicht klar, ja. Nee, dann noch? Nee, aber nicht. Na gut. Oh Gott, wie es wackelt, ey. Das ist noch Löcher. Weißt, der Witz ist, dieser zwei Typen auf diesem kleinen Schiff. Weil der ist der eine aggressiv. Aber der andere ist die ganze Zeit friedlich. Ja. So, gehen wir zur Mama jetzt, Schatz. Dein Dreckssack, ey. Mama. Oh Gott, wie es leckt. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben 300 Ping. Mama ist das. Du hast gerade Vollkurs auf Totenkopf, gell? Ja. Ist das nicht hier in der Wolke? Ja, nicht voll. Sondern, sodass die anderen halt nicht genau wissen, wo wir hinfahren. So. Ja, ich mach die Segel. Ihr habt alle Löcher jetzt gut. Ja. Ach, toll. Der Witz kommt ja von vorne. Dreck. Ach, leck doch nicht rum. Egal. Wir haben so gut wie alles gekauft. Heute macht es nicht schlecht. Das ist halt echt unehrenhaft, wenn man da Schiff angreift. Das ist sowieso schon vorangegangen. Ja, da haben wir auch nämlich andere Stücke gemacht. Ja, doch. Magen. Was? Ja, ich meine ja. Wir machen es doch genauso. Ich richte mal die Kanonen-Card alle aus. Das Einzige, was die von uns geklaut haben, war der Chicken-Cook. Ja. Wir haben es doch von denen noch irgendeinen Schädel um die Kiste gekauft. Ja, ich auch. So durften eine Einheit von uns ja noch diesen billigen Schädel mitgenommen. Und den hab ich dann in Land getötet und hab den Schädel auch gekauft. Ja, genau. Das war der, der wo eigentlich immer friedlich zählt ist. Auch, weiß, was er nicht verkauft haben. Da ist das Silber der Tasse. Ach Gott. Der hat bestimmt niemand gesehen. Ja, weil die so schön aufm Tisch stand. Oh, die scheiße sieht perfekt aus. Ja. Außer da hinten läuft sie zu hinten dann natürlich mit F. Aber an sich. Muss reinlaufen, ja, ne, nix, nix. Nein, nix. Nein, nix, nix. Ja. Ja. Geil. Haben wir ja selber übersehen, meine Laufhundautopanik. Ja. Oh Mann. Oh, fe. Stehen auch alle noch. Ja. Außer das kleine Schiff, das ist doch groß. Ich bin noch mal ganz los das zu trinken, ist leicht, äh, ich auch. Ja, was für Richtung müsst ihr mir? Hallo? In was für Richtung müsst ihr mir? Äh, da wo der Totenkopf ist. Da. Ich weiss wohin. Ziehst du da vor uns den Totenkopf? Prost. Vor uns ist, äh, Dings haben wir so. Ja, hinter dem. Rechts daneben ist der Totenkopf. Die Wolke. Auf Nord-Nord-Ost. So eine Totenkopfwolke, wo immer mal wieder viele Augen aufleucht. Bei der, wo man das letzte Mal war. Ja, oder irgendeine andere. Gibt ja mehr, dass du innen sind. Ja, wo... Da, wo wir halt rausgegangen sind. Genau, da wo die anderen waren. Aber wenn dann jemand anderes ist, schaffen wir das easy going ohne Probleme. Wo fährt das kleine Schiff hin, das fährt glaube ich auch in die Richtung. Selbst wenn, die waren total schlecht. Ja, eine war friedlich. Ja. Obwohl wir uns sogar getrittet haben. Ja. Hast du eigentlich von der Blocken-Ding, äh, Gebrauch gemacht? Von der Block-Mechan? Ja, ich hab's mal versucht, aber es ist trotzdem Bullshit. Also ich, ich hab noch halbes Leben, weil der Typ mich im Revolver abgeschossen hat. Und ich hab ihn trotzdem noch besiegt. Ja. Du hast ja diese Angriffskombo mal 3. Ja, und dann... Wenn du dann blockst, dann hast du ja einen Cooldown der andere. Und dann kannst du dich schön angreifen. Der Witz war bei mir, äh, der eine hat, äh, zweimal versucht, der ganz fette von der Galleon hat versucht seinen Stoßangriff auf sich machen. Das dauert so lange der Zeit, weil ich einfach aus. Ja. Und dann steht er, weil er ja nicht mehr laufen kann. Ja. Und dann kannst du ihn schlagen oder abknallt. Ja. Also es war wirklich fettbar, der Idiot. Ja. Bisschen Steuerwort. Ja, ja. Wir müssen erstmal durch. Mein ich ja. Ganz ruhig, Gold, Junge. Haha. Ah, fuck it's that. Ah, ich hätte meine Frau ja noch mal einen neuen Auftrag geholt. Ja, ist doch egal. Wir müssen dann eh, sobald wir das Ding da haben, zurück. Ja. Weil, bei der fetten Festungskiste will ich nicht so lange rucksägen. Ja. Ja. Wir fahren direkt durch. Haha, wie ist es aus dem Weg geschubst? Ja. Das ist geil. Zumindest realistisch. Ja. Die große Gallione steht da immer noch. Ja, ja. Ich glaub, die sind nachfragen. Ja, was war ein geiler Volk. Das müssen wir erstmal feiern. Ja. Mama, hol mir was zu essen. Ja. Hier links an der, hier links an der Insel sind Vögel. Ja, ich hab's nur auf der Insel. Ja, ich hab's nur auf der Insel. Das bedeutet nichts besonderes, glaub ich. Nee. Wir können es sein, dass wir jetzt über die halbe Karte noch mal segeln müssen. Ja, wahrscheinlich. Mit dem geilen Wind, oh boy. Ja, ich mach nochmal schnell das Segel hin. Das einzige, was annähernd in der Insel ist, wo fein ist, denn es ist ne Kiep. Und es dauert noch ne Weile. Naja. Das haut gut um. Wir können mal die Segel alle drehen. Mhm. Ah, das ist er schon. Ich helf dir mal. Jo, danke. Nice. Äh, ah. Da vorne ist Shipwreck A, dann müssen wir gleich außen rum manövrieren. Ich seh eine Galeone, die sich bewegt. Ich glaub schon. Äh, Marcel, geh mal in Steuer. Wir müssen an Shipwreck A vorbei. Ja. Guck mal. Südöstlich, südlich. Hinter uns. Ja, mach ich, Sekunde. Die bewegt sich. Ich drück's. drücke mein Tab anstatt Q naja ist aber noch Arschweil weg ja trotzdem so lange wie wir für die Insel brauchen wenn die da hinfahren naja sieht aus ob die... ich kann es halt nicht sagen, die können auch genau in die andere Richtung fahren ganz ehrlich wenn die uns angreifen und versenken und sonst was ähm, die Segel sind gerade aus Render Distance raus, also ich glaube die fahren in die andere Richtung ja wer weiß, vielleicht sind die Nerven nur schnell genug die fahren gegen Wind ja die Segel von... ich seh halt noch den... ich seh den Rumpf, aber nicht mehr ja jetzt kommt es mal eine Wolke die Wolke im Vorfeld ach so, lol alter ja die könnten trotzdem... ja ich glaub die kommen sogar in unsere Richtung aber die sind immer noch ewig weiter weg wie gesagt, sollten wir uns bei den Ends auf den Sack gehen, sollen die die auch einfach machen ja egal gehen wir es abfacken dauert doch eh noch ewig bis wir da sind weil das sind wahrscheinlich die von gerade eben, mit denen kann ich nicht verhandeln naja ja direkt vor uns ist ein Schiff fracken fest auf naja weil... die klauen einem sogar einen leeren Chicken-Cave also... ja die haben noch nicht beigedreht die fahren immer noch gleich den Kurs oder sonst ein kleines Schiff also... wir werden gleich Probleme haben, wenn wir bei der Insel sind warum? nämlich... Unwetter, das heißt, unser Schiff von volllaufen ja einer von uns bleibt eh an Bord, der kann sich darum kümmern ja beiwillig die Fahrer, weil wir am Bord bleiben und mit der Kanone schießen mach ich dann alles klar ja Thomas, wenn wir dann auf der Insel sind, zeig ich dir, wie es läuft, ok? ja die haben noch nicht beigedreht also die halten ihren Kurs auf... äh... den Westen also die fahren weg ah ok ja, wenn man weiß, vielleicht wollen sie ja auch so von außen kommen, weich? ja das kann sein ein Maxer fährt sich nicht, er greist sein Ziel ein ja haha ne, weil ich die Haut von dem kleinen Schiff ab ja genau das halt friedlich ernähren ja, so ein kleines Schiff ist man mal gefährlich als ein großes ja mit den richtigen Schuhen ja, oder mit den richtigen Gegnern, die zu ruhig sind ja ja oh, das kennt Feignapp war hier ja, ja ja geht schon alles gut ja, das wird äh, äh, Sharkfin Camp werden also... ja, es ist noch... ich seh es noch... ich seh es noch... ich seh es leicht hm... ich seh es noch... ich seh es noch nicht... blind... das ist nämlich unter dem Totenkopf ja du siehst da den Toten... also so riesige Massen, aber das ist von der Eesle ich seh es noch nicht blind wobei... ja doch... jetzt noch das Langsam aufmacht ja, so minimal ist es recht... ja das Schandl quatro ja... ja ich guck nochmal eben nach hinten die sind erscheinlich nicht mal zu sehen Oh nein! Du bist... Ja, Steuern bitte übernehmen. Brauch ich. Ätzend. Hau, drink and drive. Tja! Jetzt wo ist die Meerjung-Rolle? So, pass auf nicht, dass du geradezu auf ins Felsen zufahrst. Bin da, ja. Naja, ich... Passt schon auf. Da ist er, ja. Ich meine, in der Beta war es auch mal noch eine Meerjungfrau. Ja, bin wieder da. Jo, kannst du wieder mal nehmen? Ich mach die Segel. Meerjungfrau, Mann. Meerjung-Switter. Meerjung-Mann. Nee, bei Spongebob-Star ist er auch Meerjungfrau, Mann. Ja, Blaubarsch-Bube. Äh... Galeone auf... Nord-Osten. Oh ja, die steht aber. Trotzdem. Ja, die würden uns wahrscheinlich denken, wenn die uns sieht, da gehen wir hin. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wenn jemand meint, der muss uns abfacken, wir machen eine Scheiße gar nicht mehr rum. Ja. Ja. Vor allem, die müssen erst mal rankommen. Die haben ja auch. Geschütztürme. Ja genau, wenn nicht gehen wir an die Geschütztürme. Ja. Auf jeden Fall ist hier gerade mal ein mächtiger Sturm, Alter. Ja. Ja, deswegen sage ich jetzt, es könnte fütisch werden dann, auf dem Schiff. Also ein bisschen noch, doch unten war schon Wasser drin. Katsache. Okay, Bischuss, Bischuss. Ja. Oh Gott, ich bin im Keller. Oh Gott, Aua. Wir müssen um ihn zu hinten drin. Oh Gott. Ich kümmer mich um die Löcher. Mann, ich komm runter. Ja, es tut auch soweit. Oh Mann, ich drück immer. Ja. Okay, Bischuss, sind alle dicht. Ja, nicht ganz. Aber das ist so. Warte mal auf euch den Anker. Tommel. Ich schwimm rüber. Was? Oh Gott. Ich muss die Löcher machen. Ja, ich mach gar nicht Segeln. Ja. Hier ist halt gar kein guter Winkel. Das ist für Baby-Winkel. Ja, jeder Winkel, der einzig gute Winkel, tote Winkel, ist aber auch für uns ein toter Winkel. Die Kanonen. Blöd. Können wir uns noch treffen? Äh, ja. Oh, ja. Sie treffen. Sie können aber nur vorne treffen. Trotzdem. Das dürfte ja nichts machen. Wenn sie unten haben sie gerade zu machen. Ja. 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 Alle, die Feier haben da gerade mit drei Skeletten rum. Oh, leck. Au. Oh, nö ey. Jetzt läuft die wieder Wasser rein. Die! Ah, die! Fuck! Ich bin down. Können wir da hin? Kommen wir da hoch? Oh, Mann ey. Nein, wir sind in die falsche Richtung. Was? 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 den Turm crearen. Dass er nicht mehr auf ihn schießt. Au. Ok, mich hat sie aus der Spül gekickt. Ok, hier, was? was sei nach was einfach eine toten Winkel ins geht wenn es eine toten Winkel geben würde auch gott nö naja mich hat sie aus dem Spiel gekickt es ist doch gut aus oder ja aber die Kanonen sind auch ein toter Winkel egal da müssen wir noch ein bisschen vorfahren oder halbzeitlich wenigstens der Rumpf ist soweit gut warum hat es mir jetzt nur aus dem debbeles Spiel kick ey Frau mach mal bitte den Anker hoch ja wir müssen uns immer noch ein bisschen drehen ja dauert allerdings ein bisschen ja ja gut aber wir können Glück haben das große Schiff wird uns jetzt wahrscheinlich hier mitten im Sturm nicht sehen ja aber wir ist natürlich auch nicht ok ist gleich soweit ja ich hab schon voll gehen gelenkt ich hoffe dass es nicht zueck stehen wird und wieder runter ja ok das passt so vom Winkel naja ja doch so in etwa geil wollen wir es probieren an Land ja warte mal lass mal Banane essen oh ja stimmt vor allem mal welche mitnehmen und und nochmal schnell im Wasserschip oh ja oh ja mhm ok gehen wir rüber ja geh du rüber ich bleibe auf dem Schiff und schließen mit der Kanone ja du lockst sie ja ja du lockst sie du lüttel du lüttel hallo oh Gott ja bitte nicht abschießen also ich weiß auch nicht aber heute habe ich irgendwie nur Probleme oh ja oh der ist ein Geist ist ein Geist ich seh nix es ist zu dunkel ich schieße einfach mal der war gut bisschen tiefer wenn es geht ja hab ich schon Hitparker normal normal au war's das? ne der Geist lebt noch irgendwie wo ist der? direkt da wo du grad hingeschossen hast alter ja verstehe der stirbt auch nicht irgendwie das ist ein Geist der ist ein sterb nicht die müssen irgendwie tötenbimmbar sein oh das warst du naja ne passt ich muss mal gucken ob ich irgendeine Munition finde ich komm nach, warte hat kein Wert es gibt hier nochmal schnell was ach du bist schon da Thomas jo Munition gefunden ok hier ist ein Fass bei mir ja auch immer fass du mal ab und zu auf dass kein Wasser reinläuft auf Fass ich mach auf weg schieß meine ich bin jetzt nichts drauf los bitte ha wir sind die beiden Geister gelocken sind Alter ohne Witz ich bin schon ja ich glaub ich kann es drüber abschießen ja der packt sich wieder durch mich durch die Drecksau ey die chillt doch ohne Scheiß ja au haltest du mich immer so oft treffen Alter krall krall Wollen wir mal das Fass in die Mitte stellen ja Arsch du steuern jetzt in die Mitte ne ich hab's warte ich muss ich mich hier kurz rauskämpfen bin ich tot gleich schießen grad fällt auf mich ja ich bin wahrscheinlich gleich schnell ich bin tot toll ja ich bin auch tot mann das ist ja unbedingt nur unsichtbar sein müssen heißt lol mein Menü dass ich mein Einwohner zu ausfüllen geht ned ok weisch Q und E ja ich weisch was du meinst das geht ned das geht ned ja ein bisschen was steht drin baut euch mich klar schnell guck mal hör mal bitte auf einfach nur mit nix zu schießen das bringt nichts ok weil du schießt nicht da ein wo die Kieger sind weil du schießt nicht da ein wo die Kieger sind weißt du noch wo das Fass steht ja ich hab sie direkt bei mir soll ich mit rüber oder ja genau das juckt das Skelett nicht mal soll ich mit rüber ne ne einer muss an Bord bleiben ok die sind unsichtbarer vier ey man kann nix machen hau Thomas siehst du mich schieß mal direkt auf mich wenns geht ja mach ich nachlade Alter, das sind 4 Stück, ey. Ah, wie viele? Perfekt, nochmal. Direkt nochmal dahin. Und nochmal. Und nochmal. Warte, ich muss ein paar Kugeln. Und ran, ihr dumm Viecher. Arm sind hier Skelette, Alter. Nochmal dahin schießen. Ja, bisschen weiter links. Jawoll, auf geht's. Ich block die hier gerade. Die sterben einfach nicht. Tiefer, wenn's geht. So mitten auf dem sind auch keine Lohn. Also die könnten auch nicht wissen. Ja, Mann. Das Problem ist, das ist so dumm, ich seh nix. Ne, passt. Ich fick ja Hintmachern ins Gelände, aber das ist denen irgendwie scheißegal. Ja, ich weiß auch nicht, wer die tötet. Das ist blöd, ey, wie viele da auch sind von denen. Ich hab's Flo, ich hab's. Laterne auspacken, dann werden sie normal. Okay. Ich dachte mir doch grad irgendwas mit dem Licht vielleicht. Ja. Jo, hilf mir mal schnell. Oh Gott. Ja, Alter, ich muss gucken, dass ich mich nicht mehr zu Geister nenne. Schön, Thomas. Ja, ich helf dir, ich helf dir, ich helf dir. Warte, ich hol die Kugeln, ich brauch noch mal Kugeln. Die sind ja bei mir. Au, 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 au. Au. Hilfe. Wo seid ihr? Au. Nein, ich muss mich gar selber kümmern. Schön, Thomas. Eins noch. Au. Au. Alter, ich... Wie treffen wir einen? Das war's nicht. Dann... Mir sind noch viele. Ich muss essen. Alter. Viele, Alter. Ah, ah, Mann. Du... Blödes Scheißvieh. Ja, Alter. Was haltet ihr aus? Sehr schön. Nice. Ist ein Baranen? Hier drüben. Hier auf der Inse ist auch eine mittelrunde Kanone. Die können wir vielleicht auch usen. Ja. Aber ich hab keine Kanone... Ach, die Züge im Bananen. Du musst alle wegfassen, du fette Sau. Fuck. Ja, hier sind keine Bananen mehr. Ich such wieder welche. Au. Die Kisten sind so viel leer hier. Wie treffen die einen so schnell? Na, Ame-Bot. Was? Schon längst weggelaufen. Zack. Treffen wir nochmal. Noch keine Kisten mehr. Oh Gott. Nee, jetzt am Balkon die Kugeln mehr. Ich hab hier einen Bananen wieder. Au. Das gibt's nicht. Komm nicht mal so schnell hierher, ey. Das gibt's nicht. Alter. Au. Ja. Ich bin natürlich wieder tot. Klar. Ich snipe über die komplette Map. Alle Kisten sind hier leer. Das gibt's doch nicht. Ganz oben. Auf dem... Äh. Da sind noch Bananen. Ja. Ja. Die einen auch immer absnipen. Von so... Megane Planung. Alter, Alter! Wir haben grad fünf Skelette geschossen oder so. Das waren aber nur drei wirklich gleich. Ja. Wir haben einfach mal Multischuss gemacht. Alle auf einmal und dann gleich noch mal. Und die treffen halt alle. Ja. Fick dich! Wenn man durchdreht. Das ist abnormal. Das ist abnormal. Ja, alle sind die größten Aim-Botter! Ich bin ja Call of Duty auf Veteran hier! Muss ich mal eine andere Waffe anzulegen. Dann witz! Das sind Microsoft-Bots. Das ist Empire-Earth auf dem leichtischen Schwierigkeits-Glad. Oh Mann. Okay, jetzt aber. Mensch, Mensch, Mensch. Mach mehr! Mach mehr! Ich Snitmarker! Ja, friss ne Banane! Oh Gott! Das ist Drecksvieh! Ja genau! Wie triffst du mich denn? Oh Gott! Hier ist natürlich... Oh Gott! Natürlich! Durch zum Duschen! Alter, wie viele! Schwimm! Schwimm, du fette Sau! Schwimm! Schwimm! Oh Gott! Der Skelett-Bug zielt auf den Boden! Trotzdem! Oh Gott! Dankeschön! Ich muss mal essen! Sehr schön, Thomas! Da ist noch Munition hier, Alter! Neue Welle! Die Kanonenkugeln drin! Wie lange geht denn die Welle? Das dauern mehrere Wellen! Und da wir grad hier so eine Scheiß-Position haben, wird's auch nicht leicht! Na gut, jetzt haben wir die, die nur gut gepanzert sind. Warte, Marcel! Lass mich mal! Soll ich nicht mal mit rüber kommen? Ja, komm mal mit rüber am besten! Ei! Das gibt's! Ja, toll! Jetzt ist da ein Hai! Ja, jetzt sind sie natürlich alle bei mir! Hallo! Ja, komm her! Die machen zum Glück kaum damage! Alter! Ja, komm her! Nochmal ein Hai! Alter! Boah, der hat mit! Auch eine! Au! Ah, ihr! Ah, fuck! Die müssen aus dem Wasser raus, ey! Ja, im Wasser heilen die! Ah, Mann! Ich steck fest! Oh, leck! Guck! Genau deswegen sage ich, ich finde es ein bisschen schwach, dass es kein, äh, kein besseres Equipment gibt! Oh, leckere! Ja! Ich hab' noch'n Fass! Ich leg's Schießpulver fassen in den F im Eingang! Mach das! Ich hab' auch noch mal eins gefunden! Ja! Die Pau werden für die Gold! Ja! Ja! Also nicht drauf schießen! Oh ja, hier ist auch noch mal eins vorne, ähm, was bei der Kanone die Richtung dem Schiff zeigt! Neue Welle! Das ist normale! Ich hab'n Pulverfass hier! Ja! Du bring's mal in die Mitte! Aber nicht drauf schießen! Alter! Ich klau' ne nachher für bestimmte Skelette! Wo in die Mitte? Ja, unten in die Mitte einfach! Unten Waffels! Au! Alter, die machen ja auch den, den... 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 Ja, genau! Ja, genau, ey! Was war ich besser? Alter, ey! Flo, wenn ich komm zu mir, ich hab' tot mich! Oh, ich bin down! Nice! Ja, ich kann grad nicht! Die belagern mich hier! Au! Ja, sicher! Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich... Ah, jetzt geht mein Menü bitte! Jetzt hab' ich keine Munition mehr! Aber die können nicht schießen! Warte! Ich komm' zu dir! Ich bin oben auf dem Turm! Ja! Wie viele Fässer da halt liegen! Wir sollten da da liegen! Alle auf einmal da hinlegen! Ich brauche noch schnell Munition hier wieder! Ja! Sind auch noch 10 Bananen! Ja! Bin hier oben! Ja, komm hier drüben! Wo bist du? Hier! Ach, hier! Na lol! Hier runter! Hier! Der tode Winkel! Wir können die nicht hin, aber laufen hier hin! Geil! Fuck! Ich brauche Munition! Ich hol' mal schnell Munition! Oh Gott! Okay, den hab' ich! So! Schiff läuft voll! Der der kann schießen! Au! Natürlich! Wie triffst du mich denn? Ah, weil du Zim bist, hat er sich weggewegt! Spaten! Der kann auch noch schießen! Geh, weg! Ich leg mal die Fässer ein bisschen weiter voneinander weg! Ja, mach das! Ah, ich häng' jetzt hier so drumrum! Komm nicht mehr hoch, die fette Sau! Au! Ja, genau! Ja, Alter! Jetzt frisst er eine Banane und er stellt plötzlich hinter mich! HETE! Was?! Weißt du, gerade wo ich angreifen will, greift er auch an! Und er kriegt natürlich den ersten Angriff! Was solltest du? Oh Gott! Ist das hier aber auch alle Kisten mehr sind nur Bananen! Keine Kanonenkugeln! Ich schau mal die Munition! Ja! Ja! Also ich muss sagen, unser Schiff ist vielleicht schon ganz schön beschädigt! Ja! Es geht ja nicht unter! Das sind ja nur diese... In der Mitte ist noch einer! Das ist ja nichts Besonderes! Sie haben es alles geflickt! Kommt hoch! Nice! Ja! Nochmal einer! Oh fuck! Verfehlt! Ich komm wieder rüber! Ja! Sehr geil! Das ist hier drinnen leer! Neue Welle! Was haben wir denn? Goldene! Goldene! Alles klar! Wir müssen in die Mitte! Ja! Die ist direkt im Fass! Ich lock die mal alle! Ach das am besten! Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Die Kanone ist live! Uh! Lock die mal ein bisschen! Geh weg, geh weg, geh weg! Ich sammel die hier ein bisschen! Wenn einfach du weg! Au! Au! Okay... Thomas! Geh weg! 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 Wir haben hier n anderes! Jawoll! Drei Leben noch mal! Ja! Die machen wir so! Wenn ihr die Kanonenkugel ist, das wäre jetzt echt praktisch! Ja! Ich hab sie! ja das macht er schon ja die sind auch nicht mehr unsichtbar weil wir den tag haben ja genau dazu sind auch keine geistens und nicht ganz normal sparen warum geht meine lampen nicht es ist egal es ist eh Tag wow äh na ne gehts hey eine Banane eine Banane für dich ja genau klopft sie mal weiter nach links dann könntest du abknallen warte ich hab sie ich hab sie gut ich geh mal schnell die Munition holen ja ich auch und neue Welle ja wie lang geht das ganz sehr lange ewig ja gut die sind ja nicht allzu schwierig wollen die mal ins Ufer locken einer geht aufs Schiff ja oder in die Mitte ja das geht auch mit der Kanone ah fuck ich hab hier grad zwei bei mir ich krieg hier grad nicht los ich weiß ich log sie meinen Toten nicht ich weiß was ja und noch ne und noch ne Pulverfass man die blockieren ja ja ist sicher wo ist der unter mir wackelt sich durch ja ist sicher ok den hab ich ich hab nochmal Kanonenkugeln ich hab nochmal Kanonenkugeln wo sind die jetzt noch hier bei mir das schießt hier an den Eingang warum komm ich da nicht hoch vorhin hat's doch funktioniert ey vielleicht musst du von oben runter jetzt ja ja bei mir noch zwei ich komme eins noch unten vor der Schatzkammer sind auch mal Bananen unten vor der Schatzkammer sind auch mal Bananen ja ALVE ich hab mein ich hab meine 3er Combos angefangen und der hört einfach auf ja kenn ich ne der Schwerdkampf in den Spiegel muss noch den Pest schweren der ist zu beudig der ist viel zu beudig die sind unten gespawnt glaub ich äh nein die sind oben gespawnt äh nein gespawnt überall hör sie nur wir sehen sie ach da sind sie ich bin hier wieso blockst du das ist hinter mir lol da oh nicht auf das Fass schießen ja ja oh 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 Gott ich hab ihr Wuppe hin ich komme ich komme ich komme ganz viele mit ganz viele mit in der Mitte sind ganz viele nur mit äh wie oh oh Alex Thomas Rema hierweine komm zu mir komm zu mir komm zu mir oh ich häng fest Banane doch Banane du eine Chance wenn ich es schaffe komm schon ok die in der Mitte hab ich fuck wenn die Welle tot ist wenn die Welle tot ist muss einer dann die Kanone mal nachladen mach ich wow ja wenn die Welle tot ist wenn sie es dann kippt ist drin gut ich brauch z.B. Muni äh ich mach dem den Shotgun super gesnipet einen scheiße wir können Munitionshomme ja hier oben die sind überall noch mit zu uns warte ich komm zu dir Marcel ich komm von der anderen Seite bei mir gehts ich schau mal lieber nach Thomas ja ich kümmer mich um die mit der Shotgun ach so die sind bei dir ok ja die sind jetzt hier jo einer ist tot der andere hat ein Schwert hey hey nice spawn nice spawn nice spawn da ist noch eins ja ich hab ihn oh 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 ah der telefoniert hinter mich hier lo lauf mal nach links ja nein nein ich kann das warte 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 jetzt ja jetzt sind es zu wenige aufm Haufen egal egal wir haben nicht mehr für Muni ja das sind wir Hilfe ich will alle fies kurz zurück zum Schiff bringen ja ich hab sie ich hab sie ich hab sie ich hab sie du freudiger verfluchter Vollidiot man kommt ja nicht im Boss ne 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 sag mal das musst du jetzt dann mal vorbei sagen ne das dauert noch das dauert nochmal doppelt zu lange wenn deswegen sag ich ja wenn ein anderes Schiff kommt das ist echt ätzend naja wieder es wird Nacht es wird Nacht oh Gott nein oh Gott das war lauf weiter lauf weiter lauf weiter ja 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 nochmal 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 kann ich nicht bei mir sind genügen irgendwann hat sie schnell gelockt oh es sind so viele oh Gott und die blocken ich brauch Banane ich brauch Munition haha ich komm zu dir hinter dir ist nur noch einer ja gibt es hier Bananen jetzt nicht mehr ja du bist bei dir ist keiner mehr da ich hab jetzt so gut wie alle jawoll wieder normale ja ich hab jetzt so gut wie alle jawoll wieder normale Entschuldig holz hau na mach nochmal Bananen festhängt und nochmal oh mein Gott na lauf so weiter lauf so weiter warte ja 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 jawoll geil ja einer lebt noch den roll ich mir hey nochmal einer Thomas Thomas Bananen sind in dem Gebäude ja ich hab ihn hast du welche wenn er da zu drehen dann ja mit los komm steck dir wo die Bananen sind da welche hier vorne hier drin fuck was ist not da war irgendwann auch noch eine zweite Exposition aber war immer was ist das für welche die die sich einsteigen normale ja aber wir waren die normale glaube ich oh jetzt kann der auch noch schießen also nehmen wir uns der Zapp ist den Bananen und ganz oben zum Bananen weil du Bescheid wirst ja stirb ne ne neue Welle oh mein Gott ich hoffe es kommt mal wieder golden ja wir haben einfach zu besiegen falls wir noch Fässer haben ein bisschen zu lange zwei Stunden was kriegen wir hier eigentlich ganz viel Kissen ja an die 10.000 ich hab eine neue Welle gehört aber es ist gut nicht doch jetzt ne einer alleine hallo ja servus goldene 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 wo ist das Fass hier in der Mitte noch bei mir sind das nur zwei bei mir lass uns die mal sammeln lass uns die mal sammeln ja ja ich pack das mal hier hin ja bis noch ein paar mehr kommen von links ja von links kommen welche lass die mal ein bisschen anlocken noch bis die alle zusammen kommen ich nehme das Fass einfach mal mit ja nimm es mit ich logge die an dann dir mal ein Stück weg ich logge die mal noch ein bisschen an äh wir machen das ey die schießen au au das dumm ist ich hab das Fass hier dann ist das gefährlich egal leg's da hin oh god ja ich leg's einfach mal 10 wo du bist ja bereit ja das sind nur drei leider ja was oh ich mich gar ruhig hinrennt ja verdient sorry dass sie alle sich aufgeteilt haben egal alle wir können jetzt noch was sammeln ein bisschen dass sie alle aufeinander bauen nein wir haben auch so richtiges Gold eh ja ach man Thomas bleib du mal hier oben versteck dich mal sowas testen wir haben glaub ich kein Fass mehr ja ja ich bin frei doch eins haben wir noch huh schießen die Kanone haben wir auch noch zu und locken wir die ins Wasser ja das ist auch so ein Plan ich guck mal eben nach anderen Schiffen ich hab keine Kälte ich hab keine Kälte ich hab keine Kälte und ob es denn dann wenn wir das Auffahrer machen dann kommst du angeklärt alle auf einmal ich hab keine Kälte dann kommst du oh hallo oh gott was ist das bin wieder da ich hab keine Kälte Ich kann die Kanonenkugel nicht laden. Ich kann die Kanonenkugel nicht laden. Ich kann die Kanonenkugel nicht laden. Ja, wir wissen was hier ist. Ja, Alter, wie die schießen. Ja, siehst du? Was ist das? Alter, ich muss kurz verpacken. Trink dich! Der heutige verpackte Scheiße! Das kotzt mich an, wenn du packen. Alter, die schießen wir ganz schön gut. Ja, wir müssen das Wasser rauskriegen. Einer ist schon bei mir. Ja, wenn ich der Locksiff so weit im Wasser mit der Kanone auf sie schießen kann. Ich bin down. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Ich komme. Sie zählen alle auf mich gerade. Ja, auf wen sonst? Geh auf die Kanone. Wenn keiner mehr lebt. Ja, ich auf dem Schiff. Oh Gott. Ah, Alter, 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 Alter. Die schießen alle auf einmal und jeder trifft. Ja. Ja. Es ist verpackt! Es ist verpackt! Es ist verpackt! Es ist verpackt! Ich bleibe los, wenn es klappt! Ja, du, dieses Spiel ist zu kotzen! Jetzt bleibe ich den von oben ab. Ja, die sind eh langsam. Ja, ich habe hier oben auch eine Munitionstasche. Ja, ich kann schon drauf schießen. Oh Gott. Wir sind eigentlich ziemlich gesehrt durch das Holz. Ja. Der eine Wichter. Alter! Ja, wir sind sehr sicher. Ich gucke mal nach unten. Die gleiche. Ah, da ist ja schon einer. Jawoll, ich habe einen. Ja. Ah, Alter, 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 Alter. Die kommen langsam rein. Ja, ich weiß. Wie sind Holzbretter? Fuck. Bananen sind unter dem. Ja, ich habe welche. Ich habe welche. Ich habe welche. Wir sollten uns halt erstmal um die kümmern wo schießen. Ja. Das ist der Plan. Ich hole den Weg zu oben. Ich komme von hinten. Es geht. Äh. Krass. Au. Au. Ja, klar. Wir sind gerade noch einer getaucht. Ah, natürlich. Einer ist wieder kaputt. Ah, fuck. Natürlich bin ich. Nein, er fließt immer noch nicht. Ich habe mich nicht so. Fuck. Ah, natürlich. Du Hurensohn. Oh, Flo. Alter, mich so nicht ausgespuckt. Wir kloppen den gerade aus. Nice one. Alter, bei mir. Ich habe einen Frame eigentlich gefühlt. Ich habe einen Frame eigentlich gefühlt. Endlich, Alter. Nach 5000 Headshots. Ich guck mal, ob ich die Kanone jetzt laden kann. Oh, wow, wow, wow. Wo ist denn hier in Munition? Nee. Kanone ist einfach verpackt. Kanone ist einfach verpackt. Kanone ist einfach verpackt. Warte mal. Ich habe mich immer selber rein. Alter. Ja. Ich habe es auch gerade probiert. Diese Spielzeit. Fuck die Scheiße. Warte mal. Vielleicht geht das noch. Zwei leben noch. Ja. Es gibt vielleicht noch eine Anseekanone. Wie man den aussieht. Ich gehe gucken. Kann er schießen. Kann er nicht. Äh. Wie? Ja, es gibt noch eine Kanone, die man nutzen kann. Jawohl. Einer lebt noch. Aber damit ist ein bisschen so, dass man wirklich gut ziehen muss. Jawohl. Wir haben alle. Gut. Warte mal zur nächsten Seite. Wieder voll. Gut. Lock sie in die Mitte. Oder? Nee. Doch. Ja. Goldene. Na gut. Der kann wieder schießen. Die können wieder alle schießen. Lock sie einfach in die Mitte. Rennt in die Mitte. Die können nicht auf der Schießende Gewalt nur weg sein. Ja. Welche? Die Mitte. Die Seite. Was ist die Mitte von der Hitze? Ja. Ins Wasser oder wie? Oh. Die Kanone ist einfach. Ja. Ja. Mach ich. Mach ich. Au. Au. Du behindertest du scheiße. Die schießen auf mich wieder. Aua. Alter. Ja. Ich kann aber auch snipen. Einer ist im. Ja. Die kriegst du wahrscheinlich gar nicht. Auf Banane ey. Ganz oben sind Banane. Die kommen gleich die Treppe runter. Ja. Ich schieß. Ja. Geil. Sehr geil. Das ist nur im Wasser. Das ist gerade in meinem Kurven hängen. Ja. Ich schieß auf das im Wasser. Von oben kommen noch mal zwei. Ich bin down. Ja. Von oben wäre ich vom Schiff. Jawoll. Das waren die. Perfekto. Ich glaube das war die Welle. Ja. Dann wird sie mal hier schnell. Ja. Ne. Eins lebte noch. Ja. Dann komm ich. Ja. Alles dauert ja ewig. Was denn? Ja. Spring doch jetzt ins Wasser. Du richtige Drecksscheiße. Okay. Er ist tot. Ich will mal schnell hoch Bananen holen. Ja. Neue Welle. Gehe die da zum Kämpfen meine ich das dauert ja ewig. Ja. Der Captain ist da. Jawoll. Das letzte Welle. Echt jetzt? Ja. Okay. Ich bin da. Warte. Ich hab mir draußen eins. Ja. Erstmal die die schießen können. Uh. Die schießen scharf. Ja. Aber die haben schockiert's. Alle bei mir. Er kämpft uns beim Schießen. Der ist bei dir oben. Der kämpft uns beim Schießen. Der ist bei dir oben. Ja. Ich weiß das. Ich hab Torewink. Ja. Hilfe. Ah. Es ist nur eine mit Schottengarten-Skelett. Ah nein. Ich will nicht abschießen. Au. Okay. Ich komm zu dir mit dem Kulver. Fast gleich. Okay. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich hab's. Der Captain ist doch bei dir. Ja ja. Okay. Bin auf dem Weg. Ich komm auch. Der bin ich. Fast liegt. Ich hab keine Muni mehr. Kein Kulentod. Ich auch. Nicht sterben jetzt. Wo ist der? Nicht sterben. Nicht sterben. Egal was passiert. Nicht sterben. Egal was passiert. Oh. Lauf weg. Einfach. Für den Fall. Lauf weg. Wir sind gleich da. Hilfe. Lauf. 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 Lauf weg. Lauf. Lauf. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Wenn man vom Schiff ausschießen kann, geht es echt am besten. Tomek, komm mal her. Warte. Verschickt, Alter. Ich nehme die fette. Ja. So, guck mal. Ich habe den Schädel. Ja, zum Schiff, alles zum Schiff bringen. Jawoll. Ja, das Schiff steht grad ein bisschen... Schleit weg, egal. Müssen wir halt ein wenig schwimmen. Ich schau mal schnell high-technisch. Richtig geil. Das war ein Kampf. Hör mir auf, Heide. Aber jetzt gehen wir gleich auf die Insel und verkaufen das erstmal alles. Ja, ja, ja. Das ist klar, das muss gleich weg. Mit so nem heißen Loot will ich nicht länger rumschiffern. Oh, ey. Wir können erstmal alles ablegen und dann... ...was schnell geht. Die Kiste fällt nicht auf. Hey. Jawoll, jetzt ist auch der Totenkopf weg, also... Ja, das heißt, jetzt wird niemand mehr automatisch herkommen. Ja. Entweder sobald der Cap tot ist, oder sobald wir nehmen, ist irgendwas nicht. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Ich denke, sobald der Cap tot ist. Festungsschäle nehme ich jetzt noch. Jawoll. Noch irgendwas anderes, ganz Wertvolles. Ja. Einfach alles, was da drin ist. Das ist Zucker, der hinterm Altar. Aber dann nehme ich trotzdem mit. Hier liegen die Gewürze. Tee. Auch richtig. Alles mitnehmen. Klar alles, aber das Wichtigste, wenn möglich, als erstes. Ja. Einfach nur, um safe zu sein. Ja. Und jetzt gleich Fatal Error, Game is crashed. Genau. Server down, was weiß ich nicht. Oder Verbindung zum Server. Haltet euer Maul, halt euer Maul. Sowas kann ich selbst brauchen. Dann dreh durch, alter. Ich sehe ein kleines Schiff. Was? Ja, aber das ist nur ein kleines. Ich glaube, das liegt an einer Insel, wo man Sachen abgeben kann. Okay. Was will ein kleines Schiff schon machen? Ne, ja, das... Das soll ich mal nix. Die will sich hier anschleichen und unsere Zeug hier glauben. Ja, anschleichen. Und ich bin nach oben drauf. Die werden wahrscheinlich gegen... Würden, wenn dagegen, und zu sch... Die Pfadpreis zu beobachten. Ja, voll ey. Langsam mal mit der Zeit zum Protokoll. Ich glaube, die ist echt crap hier. Nein! Eigentlich nicht mit der... Kanone in der Mitte und der anderen Kanone. Ja. Das ist ja nur nicht verpackt. Ja. Ja. Aber die mit dem Schiff war einfach Wacke. Ja. Deswegen mit dem kleinen Schiff kommen wir vielleicht weggefahren. Bei der einen da. Ja. 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 Er hat sich rüber geschossen. Ah, ja. Da hat sich wiederbuilding. Da ist noch ein Schädel. Alles mitnehmend. Ja. Ich weiß nicht. Ey. Okay. Ich kriege euch noch irgendwas... Uns verstecken. Das ist noch ein... antiker Kelch. Ja. ECH! Flo. Komm mal her, guck dir meinen antiken Kelch an. Der ist jetzt im Totenkopf. Pff. Das ist ja gar nicht. der Krone das war alles ich nehme mal die Religiöse hier ist noch mal ein antiker Kelch mein scheiß ich will so einen geilen Pilz wir haben jetzt alles zu Eingangstür gelegt wir können das nach und nach abholen also es dürfte nichts mehr versteckt sein wir können ja noch mal gucken dann das wäre ja nicht zu versehen aber Tomek kommst du auch noch mal? jo da liegt noch ein Haufen einer unserer Captains kann ich nicht leuchtet so glücklich wenn ich dann mit auf fahr durch die ganzen Schäden voll geil wir sollten ja noch gleich alles sortieren dass jeder weiß wer was wegbringt das kann man dann nachher machen während wir fahren dann ich kann mich ja darum kümmern dass wir es aufteilen dann kann jeder zu einem Händler hingehen die Kelch habe ich wo tust du die Sachen immer hin? ins Kapitän alles klar ja wollte ich nur wissen dass du es nachher suchen möchtest doch ich guck noch mal ich seh kein Loot die Beute kommt immer zum Kapitäns ja normalerweise eher kommen die Beute unter weg aber ne da wir sie so schön in der Kapitänskaröte hinstellen können ja und vielleicht die Leute zu blöd sind und sie es nicht sehen teilweise teilweise das ist so viel jetzt gerade ich glaub nicht dass es da keiner zieht ja jetzt sieht man es natürlich wenn unser ganzes hintere wenn unser Arsch hinten viel leuchtet vielleicht aber ich meine nur geil wäre es wenn jetzt irgendwo gleich der nächste Totenkopf wäre aber das wäre zu OP fast das werden so seltene öffentliche Events sein ich guck noch mal schnell durch die haben noch ein Kelch jetzt ja dann nehme ich den Totenkopf gleich mit das müsste es dann gewesen sein oder? ja wenn ich den Totenkopf hier habe was ist das eigentlich? guck aber noch mal rein diesmal haben wir keine Pulverfässer von Kronische Weiß aber halt dafür ziemlich viel Tee und so ja ne alles leer ok lasst uns weg hier ok wer verkauft was? ich mach die Kisten ok dann kann ich endlich Pieseln gehen ey ich muss doch nicht wissen Tomek was willst du verkaufen? willst du die den Tee und sowas verkaufen oder die Schädel? mir ist das eigentlich egal du musst ja nur wissen wo du hin musst ne verkauf ich die Schädel wie kann ich jetzt hier da die Relikte und so auf den Tisch stellen? du musst springen springen und ablegen ja und dabei nicht nach unten guckst sondern nach oben am besten ja hier liegt das Gold pass auf ich pack die Kiste auch mal zu den Goldsachen nein warte ja ich mach schon wir werden alles da hoch haben ja dann stellen wir die Kisten alle da hoch und wir wechseln eben die anderen Kisten ja und was machen wir mit den mit den Kälchen und so die stellen wir auch da hin nie die kommen beim zu dem Tisch ja oh verkackt ja dann vergess aber diesmal den äh den anderen Kälchen nicht ja guckst du dir an das sieht sieht kein Mensch die Kisten da links lol sieht so von den von den Machern aus ja so das war alles oder erstmal von hinten ich ich guck wo wir hin müssen ja auch gut wie mach wie macht ihr das Alter das ist hier wenn du hier so oben draufstehst da ist ein bisschen verpackt dann kann ich sie ablegen Galleons Grave Outpost direkt vor uns einfach nur geradeaus ja ich bin am Anker also wie viele Löcher hier sind ey oben auch die man nicht flicken kann alles aufgesammelt los wir fahren los hier oben auf dem Deck auch ey alter wo müssen wir denn geradeaus einfach nur straight ahead müssen wir die hier oben auch reparieren oder? ne geht nicht aber wir können die Löcher unter Deck nochmal gucken ob wir da irgendwas reparieren können Tomek können wir uns durch um die Segel ich bin unter Deck so ja ich guck nochmal schon unter Deck ob wir nicht irgendwelche Löcher noch offen haben wir haben keine Kanonkugeln mehr ich hab noch 3 doch 17 ja wir müssen dann gleich auf der Innsland vor ein paar Lohn gehen ja wir werden alle dicht ich bin jetzt aktuell wieder gegen uns wir können natürlich auch zum Deckertuf Outpost fahren der ist um 90 grad steuerbaut nein wir fahren nicht so geradeaus hier mach das mach ich immer schnell diesen ja wo ich beide gleich weit empfinde wir sind jetzt eigentlich mit dem Stein vor uns aus kommen wir da vorbei ja locker hier ja Zitzen. Vielen Dank. Ja, wir müssen ein bisschen Steuerbord dran vorbei, weil der Steg ist hinter dem ganzen Ding. Ja, das ist eh noch weit weg. Ja. Ich sehe auch keine freundlichen Schiffe aktuell. Mit unserer Mopsgeschwindigkeit hier. Ich drehe mal die Segel auf die andere Seite. Krieg mal vielleicht eine bessere Höhe. Ich saub erst mal drauf vorhin. Ach das. Na, noch haben wir es sich abgegeben. Davon sind geile Beute, Alter. Ich bin mal gespannt, wie viel wir da kriegen. Es lohnt sich schon, die Dinger zu machen. Ich habe jetzt gut 22.000. Mal gespannt. Ich habe 28.642. Ich habe gerade 2.302. Ja, merk es dir ruhig. Da siehst du gleich, wo das alles ringt. Das muss man aufschreiben. So, Livestream. 2.302. Ja, wir müssen noch ein bisschen geradeaus. Ja, ja, ja. Immer wieder so, ey. Wobei, du kannst eigentlich schon einen linken. Ich mache mich schon. Mein Einparkassistent will ich das. Ja, du bist dein Einparkassistent. Ja, ich habe mir das so gerade unterklagt. Das packt ein. So. Genau. Sagst du halt dann, wie was ankert, dann drückst du die dann. Ey, aber das hat eine Rückfahrkamera. Ich habe eine Idee. Tom, hey, können wir es durch um den Anker gleich? Ich gebe dir dann Bescheid, Thomas. Ja, ihr müsst dann nur sagen, wann. Ja, ja, bis nachsatzend. Aber halt dich schon mal bereit. Ich kann ja schon mal die Pieper machen. Ja. Okay, jetzt Anker. So, was will ich mal was? Ich mache die Schäden. Du machst diese Gewürze. Gewürz und sowas. Sie sind gleich hier an dem Steg, ist diese Frau mit Brille. Da musst du sie abholen. Also Tee und so weiter. Genau. Wo muss ich da hin? Gleich hier rechts von mir, am Steg. Auf dem Steg. Genau, auf dem Steg. Es sind zwei Tussen, nur eine nimmt's. Also nicht die fette, sondern die andere. Ja, wo ist denn die? Bei mir hin. Hin am Goldheine. Ja, ja. Aber jetzt pass auf. Letzt noch Schädel. Ich gehe gleich mal wieder fünf Level hoch, das Ding. Oh, 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 oh. 3.000. Der Schädel war jetzt 3.000, oder? Ja. Der Schädel war 3.000. Ja, geil. Alter, ich bin gespannt, wenn ich mir die Kiste abgebe. Festungskiste. Alter, Alter. Jetzt kommt aus meiner Kiste des Blüten, das müssen so 400 oder so sein. 10, oh, gleich mal wieder zwei Level hoch. Ja. Fette. Ist das Stufe 15? Alter, ich bin level 7. So, jetzt machen wir den Schädel, jetzt bringt der Ja So, Festungsdrohie Toll, wenn die gut funktioniert Jetzt hat die fette Festungsdrohie gespannen Ja Ja So ein billiger Schädel ist besser Bleib mal hin Geile Tayday Ja, also, ich bin fertig, ich nehme den Schädel mit Ne, 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 mach die Krüge Ja, die will ich für die Krüge Sind auch bei einem Goldhain, gell Ja Also, 8000 habe ich schon mal gemacht Ja Ja Alte, wie ist Leute, kommt mal auf die andere Schiffseite und guckt euch das an Barty Flo Ja Wir müssen nicht mal diese Merchant Mission machen Wieso Wieso Weil wenn wir ja Zucker und den ganzen Shit abgeben, wir steigt das ja auch Ja Wir steigen besser wie eine Mission Ja Jetzt was soll ich kommen? Auf die andere Seite Auf die andere Seite vom Schiff, guck dir das mal an ey Also, Holz angucken oder was? Ja Ja Das kannst du schon denken Was? Alter, verdammt Das war die Seite, wo die Wichser draufgeschossen haben Ja Alter Das sind so doof, Alter Ja Alter, ey Wir schießen wollte ich gönnen sie selber auf die Schiffseite Ja und dann hatten sie keine Muni wahrscheinlich mehr Ey Fett Also, ich hab schon mal 10.000 locker gemacht Ich auch Oder fast 10.000 Ja Bis alles weg ist locker 10.000 Ja Alter, das auszieht ey Ja, kann man mal machen Ich hab zuletzt Ja Ne Goldjungel stelle ich bei dir dran Ja, ich stehe bei dem studiert die ganze Zeit Bald nicht mehr Ich lebe goooow Ja, naja Ich stehe bei dem studiert die ganze Zeit Jawoll Komm, die 40.000 sind drin Ein Kelch ist noch an Bord Einer Ja, einer Der liegt am Boden Ok 80 Ja Dein Nächstes Mal schmeißt du den Kelch über Bord Immerhin, ja Geld ist Geld Guck was ich mach schon Ey, wie kannst du jetzt so schnell da sein? Du bist ja Du bist du mir erst gerade eben entgegengekommen Ja, ich cheate Ja Ich cheate aber auch Ich hab die Ich hab zwei Schwimmer abzeigen 10 Pferdchen Ja Ne, kann ich dir gleich mal zeigen wie das geht Ist ganz easy Soll ich flücke mal durch Mir ein paar vorschlagen Ne, das war's nicht Ich vermisse unsere Chicken Käfig Ja Jetzt zum was, komm her, pass auf Okay Musch dein Schwert packen Dann stell dich jetzt hier so hin, dass nicht im Wasser Und dann mag ich den Stoß an Ja, fuck War nicht, weil ich nicht bin Also jetzt hier so und dann stumm äh, diesen Stoßangriff Ja, lol Ja Ja Das kannst du auch zum Beispiel Stell dich ganz oben an die Planke hin Also genau direkt an die Kante Und das magst du dann fliege ins Wasser und die Frasch aus und springen Lol Toll Also Auf die reiche Beute erstmal saufen Ich geh das erstmal fett shoppen Ich nicht Ich bin ne Gardionsfigur Wo geht's hier Kleidung? Die Hälfte hast du ja schon Ah 30.500 Naja Nicht die Hälfte? Mehr als die Hälfte Nein Wo gibt's hier Kleidung? Natürlich Irgendwo oben oder so Ja Da 35 35 ist die Hälfte von 70 Ach so, ich hatte 80.000 Äh, 70.000 Ja, dann halt 70.000 Was weiß ich Guck noch mal nach Sicherheitshalber Hey, ich bin jetzt zu dicht Uh, saufen Ich hab gern mal wieder die Kiste raus Doch, ich hab auch was bei dem gekauft Er sagt Und komm back Ja So weiß ich was uns noch irgendwie fehlt Was denn Was wir noch nicht hatten Die heulende Kiste Ja Ich würde es gern wissen ob man die mit Musik mitfliegen kann Ja Und zur Not nimmst du auf den Rücken und hängst dich außen und die Leiter drauf Ja, echt so Oh du klausst du von Oh du klausst du von jemandem dann hörst du aufzuheulen Ja genau Der war die ganze Zeit nur im Chip und konnte nichts mehr machen Allee Allee Also wenn alleine bist du die Kiste echt kacke Ja Ja Da schmacht gerade bis auf mit dem Typen Kostetüberschmacht voll Leute, ich hab mich vollgekotzt, der Wechsel Wer steht hier bei mir und kotzt voll? Ich bin's nicht Alter, so ein Depp oder der Hut kostet 13.000 Ja, ja, das ist alles ziemlich teuer geworden Ein billiger Die wollen ja auch, dass du ein bisschen länger spielst Ja Ganz ehrlich, dann sollen sie irgendwann mal einen Haufen Content reinpatschen Kommt ja wieder zuhören Ja Ja, das ist ja das coole bei mir Wenn ich sag, mir wird's gar zu einnötig Abo kündigen Und dann, äh wieder, wenn's wieder neue Updates gibt oder wieder geil wird, wieder anfangen Ganz praktisch Ja Also ich fülle jetzt mal alles Über jede Kiste hier durch Ich sag, ich hab jetzt nen Holzfuß und hab nen Haken Hehehe Das sind meine, dass wir unser Schiff wieder auffüllen Ja Können die aufmachen Oh ja, ich hab noch volle Kanonenkugeln Ah, die eine Seite vom Schiff Das ist echt brutal, ey Das ist einfach nur noch eine zerstörte Textur Ja Und innen ist halt fast kaum was Lol, aber wie, 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 wie das hörst, den, äh, Holzfuß Lol Cool Wir sind jetzt bei 37 Kanonenkugeln Oh shit Malerweise müsstest du beim Schwimmen jetzt deinen Fuß so nach oben ziehen Ja, Holz schwimmt oben Ne, aber ich seh meinen Haken Ah ja, den ziehst du auch, wenn du steuerst Das ist voll gut Das ist voll gut Wo gibt's hier Kugeln? Überall, die ganze Kiste durch Scheiße Bin drüber geslogen So ein Idiot You stupid motherfucker Ich bin halt jetzt ewig weit weg Scheiße Oh man ey Stufe 17, Stufe 5 und Stufe 12, alles klar Muss man ein bisschen was machen Ja Wir können ja auch, wenn wir so Chicken-Dinger finden, zufällig die einfach mitnehmen Ja Ich mach jetzt Schluss für heute Ja, okay Dann brauchen wir Schiffe auch nicht mehr auffüllen Hm, wobei Äh, Marcel, wir könnten Marc noch fragen Bis der kommt Geht doch schnell, ich frag ihn mal schnell Ja Also, ich verabschiede mich mal hier im TS Jo, ciao Man sieht sich Jo, ciao Ciao Disconnected Jo, nur beenden wir hier mal den Stream Lasst einen Daumen nach oben da, Leute Lasst ein Abo da Bis zum nächsten Stream, euer Tomek Peace Ich hab dich geholfen Ich hab dich geholfen Mädels Aufnahmen Ach, ich hab dich geholfen Entschuldig Aber nach oben in den welchen Raum